an der straße steht das von gerade ganz viele typen ganz viele mpcs ja halte kranke scheiße man also so gut kann ich aber auch nicht drauf schießen man ich habe hier ich habe hier baum und ne mauer ich meine ich habe auch deckung aber ich habe kann nicht so gut rein sohn halt mit der waffe die ich habe was ein übertrieben stile man ja komm das einfach schießen oder ja mann scheiß drauf das ganze so somi akku warte ich könnte ihn jetzt kann ich nicht ja dann sagt es kommen ich verbinde kurz ja die npcs sind dafür weißt du für alle mindestens noch ein schuss extra ich habe natürlich keine binoculars dabei aber ich darf einfach mal ein bisschen weiter nach rechts ja so ist eine recht gute position muss näher ran aber sind schon übertrieben viele mann das sind echt für munition noch die stehen auch alle noch mal aufge ja ich stehe noch mal auf wenn ich daran genug dran bin könnte ich schon also was gut ist jetzt schon fast nicht mehr hören aber doch jetzt habe ich sie wieder gehört alter die scheiß zombies mann wie die rumlecken das ist doch kacke mann ohne scheiße könnte ich jedes mal wieder drüber richtig abkotzen jetzt ist schon so knappe munition und dann leckt der scheiß zombie noch so dass ich dreimal auf den ballern muss das sind noch welche die laufen gerade richtung stelle die ignorieren uns von mann und er ist auch schon wieder zehn mal aufgestanden was das ist doch kacke alle läuft richtung starry ich kann mal versuchen ein bisschen zu ab abschießen und habe ich getroffen die frische brauchen die denn dann warte ich bin ich führe ich gern dass nie gehört habe Hubschrauber Hubschrauber kommt Warte, warte, das ist ein Gyrocopter Das ist ein kleiner, ja, kein Gyrocopter Ne, das ist hier diese Libelle Ja man Das sollst du nur verpissen, man Geht der runter? Ne, gell Ne Ich glaube nicht Doch Echt jetzt Kann zu sein Shit man, ich hätte doch mehr Munition kaufen müssen Willst du das hast noch? 40 39 Doch, der geht runter Gehen wir in die in die Richtung? Ich mach das schon Ich versuch's zumindest Wir haben ja noch ein paar NPCs, da hören wir, wenn das jemand cleart Bist du sicher, dass der runter geht? Ja Dann ist das unser Ausrüstungsspender Wo ist der? Warte, warte Wo ich sehe, im Wald ist der Du siehst noch Qualm So, so Ding Off, off Nein Mann, da ist ein Offspray Da standet gerade ein Offspray Wo? In dem Wald Hä? Lol Ich glaube der hat einen abgesetzt, weil der hielt gerade wieder ab Aber ich glaube, da kann man nicht die Zeit rein Die Offspray Startet er gerade Das Flugzeug Wo ist die denn? Keine Ahnung Ja, da hinten, wo ich gedacht hab, dass der Kleine landet In Richtung Mission oder wo? Ne, andere Richtung, weg Ich denke mal, der wird, ähm Ich gehe jetzt wieder zur Mission Der wird mit dem Oh ja, da ist die Offspray Mit der Libelle dort gelandet sein Und ist, ähm Mit dem weg Ja Shit man, hätten wir die mal geholt Okay, weiter Mit der zu mischen Ja Ich sehe da noch auf jeden Fall Ein Weil Die laufen in deine Richtung Den einen nehme ich jetzt raus, der nah zu mir ist Die sind zwei noch, ne? Die sind zwei noch, ne? Die sind zwei noch, ne? Ja Dahinter lief noch einer Hast du den? Gilly am Ding Wo? Am Häuschen Okay, NPC oder Spieler? Sieht aus wie ein Spieler Kannst du ihm geben? Mach ich gerade Wo ist er denn? Okay, war kein Spieler An einem kleinen Häuschen Der hat nur ein bisschen so gewunken irgendwie Ob als Sind da noch NPCs? Sonst würde ich mal drauf zulaufen Ja Sind noch? Ja Ich komme im Treff nicht, weil die backen Stellungswechsel Schießt du? Ja 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 Ich habe jetzt einen Der will wahrscheinlich noch mal aufstehen So sehe ich jetzt keine mehr Einen Brustschuss und der scheiß Zombie stirbt nicht, oder was? Fuck off Wie viel Muni hast du noch? Geht noch Ja, nice Den hast du auch noch Soll ich mal von Meinst du ich kann von hinten auf die Base zu laufen? Mist ist du eigentlich, ja Oh, ich probier's Einer steht wieder auf Okay Okay, liegt wieder Letzten 20 Schuss Jetzt hier, ich lauf hier rum Okay Vorsicht aber Ja Ich Gib mir das was Sieht aber ruhig aus bis jetzt Okay GG Du kommst mich in die Tür rein Was ist denn da drin? Jedenfalls Loot Ist noch nicht alles gekleert Vielleicht Tschüss, ich bin tot Wow Ist ganz nah bei mir War auch wahrscheinlich ein Spieler Ja, ich sehe ihn Da kann ich jetzt nichts machen, Mann Ich sehe ihn Das ist noch nicht alles Ich sehe ihn Ich sehe ihn Ich sehe ihn Ich sehe ihn Ja, ich sehe ihn Ich sehe ihn Musik 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 Ach, schon eine Waffe? Ja, aber bedingt AKM. Ohne Visio. Ich gehe mal zum nächsten NPC. Wo waren die denn? Er ist direkt vor mir, irgendwo da in den Baum. So, komm, okay, damit kann man arbeiten. Große Waffentasche. Kannst du vielleicht von da... Scheiße, Mann. Wer denn? Der hier, im Ghillie. Wo? In einem Eckchen hier. Warte, hier, wo ich jetzt bin. Siehst du den nicht? Ja, doch. Kann ich nicht looten. Doch, jetzt. Geht, geht, geht. Ich kann ja auch schnell looten. Ich helfe dir eben. Heli. Okay, höre ich nicht. Geh schnell in den Wagen rein, komm. Dann Trader City. Schüsse. Ja, 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 ja. Von dort, wo wir herkommen. Sehe ihn. Verbinde mich. Wo ist der? Kriegst du ihn? Mike? Fabi. Saubere, wo war er? Gehen wir an den Baum, den holen wir uns jetzt eben. Komm rein. Kommst du mit dem Auto, ja? Okay, go, go, go. Dann müssen wir schnell auf Trader City, Mann. Ich habe übelstes miese Gefühl. Das war der Wichser von gerade, der hat nur gewartet, bis wir anfangen zu looten. Wie Jenski? Da liegt er rechts von dem Baum. Ah, okay, ja. Lutest du schnell? Ja. Ja, warte. Jetzt, nee, du bist du schon vorbei. Ja, 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 ich muss jetzt ein Stück weiter laufen. Aber die ziehen auf mich. Also, wir sind zu nah dran. Hast du schon. Oh. Ich kann ja nicht fast nicht schießen. Ich komme, wenn ich hochgebe, bin ich da, glaube ich. Zu viele potenzielle Ziele. Zu nah. Ich glaube, da kommt ein Heli. Soll ich schießen, wenn ich kann? Ja, mach mal. Soll ich irgendwie mal anfangen machen. Aber ich muss mich erst eben ausruhen. Also unsere Base steht noch. Schön. Oh, ne KSVK. Und schon bleibt es einmal stehen. Ich gehe zur Hütte. Ich hoffe, das ist eine kluge Entscheidung. Aber ich sehe die nämlich nicht. Da ist sie. Oh, die kommen auf dich zu gerannt. Ja, dann gib mal Asch. Von wo? Oh, die stehen wieder auf. Ist bei mir an der Hütte jemand? Den kann ich nicht treffen. Wen? Den bei der Hütte. Ist einer bei der Hütte. Achso, ne, den sehe ich nicht. Ne, ne, ich sehe auch niemand. Das war nur eine Frage. Achso. Loli, ist eine AK-14. Da steht wieder jemand auf. Marvin. Ja, nice. Ich glaube, wir können mal gucken. Ne, da steht noch jemand auf. Ah, der ist ein Zombie. Geh mal hin. Z ist da. Ich gehe mal ran. An den Haufen. Okay. An welchen Haufen? Den, was er hier liegt. Diese Misthaufen mit Steinen, was weiß ich, was es ist. Okay. Ob hier noch irgendwo welche sind? Hey, du blut bist. Ah, nice. Gut, dass du es mir sagst. Ich bin so konzentriert, Mann. Ich verbinde mich. Ja. Ich schieße mich mal auf den Zombie. Ja, die KSVK hätte ich wohl gerne. Ich komme mal eben, ja? Ja, sieht klar aus. Gar nicht groß, äh. Hier rumhampeln mit groß irgendwie Auto holen oder so. Einfach nur das, was gerade in die Tasche passt. Man, wir können uns ja hier auch ausloggen. Wir sind ja hier direkt bei unserer Base. Mhm. Hier, lootst du die drei da? Ja, Mann. Ich habe hier bei mir drei. Ja, ja. Der eine hat die KSVK, die unbedingt mitnehmen. Munition oder so am besten da lassen. Die können wir wahrscheinlich eh nicht gebrauchen. Okay, ich habe die KSVK. Nice. Und sonst hier irgendwie, dass man hier sonst was looten kann, ist hier nicht, ne? Hm, no. Ja, die haben fast jeder eine große Waffentasche dabei, Mann. Ah, kann man leider nicht mitnehmen. Was ist denn da vorne noch NPCs? Warte, ich check die Rucksäcke noch kurz, nicht, dass da irgendwo noch Gold drin ist. Ja. Dann können wir gleich in die Base ausloggen, wie das ist. Ja, ich hab jetzt mit demiche B Sergeant. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.